Hallo und herzlich willkommen zur Paulchen Evil. Heute zeige ich euch das gebrauchte Huawei J5 II. Das ist mein erstes Unboxing. Ich zeige euch mal was da... So, hier seht ihr das Handy. So, das sieht noch richtig neu aus. Ist halt gebraucht aber. Wie ihr sehen könnt, es sind keine Macken. Ja gut, die Fingerabdrücke auf den Display sind halt meine, da bin ich halt drangekommen. So, zusätzlich haben wir hier ein Ladekabel. Ist auch noch in gutem Zustand. Und super gute Kopfhörer. Die sind auch richtig gut und laut. Und noch zusätzlich haben wir hier noch einen Ersatzakku. Und der sieht so aus. So, wie ihr sehen könnt, richtig gut und schmal. Lang. Ja, der hält auch ziemlich lange. Ein Tag, zwei Tage. Kommt drauf an, was man alles damit macht. Und hier ist noch der Adapter für das Ladekabel. So, und jetzt zeige ich euch das Handy vom Innen. Ja. Geht ein bisschen schwer auf, ich weiß. Aber das kriegen wir schon auf. Ah ja, jetzt hat's. Und so sieht er nämlich aus. So. Und jetzt zeige ich euch, wie der Akku jetzt da reinkommt. Und so müsste er den Akku rein tun. Also jetzt nicht so, weil sonst klappt das nicht. So muss der Akku dann reingesetzt werden. So, und jetzt können wir es auch noch anmachen. So, der fährt jetzt hier gerade hoch. Aber so wie ihr hier schon sehen könnt, da war da gerade das Huawei-Zeichen. Da seht ihr das noch mal, das Huawei-Zeichen. So, und da, ich werde da auch gerade hoch. Jetzt hatte ich hier die Sprachen zur Wahl. Also jetzt machen wir einfach mal auf weiter. Müssen wir jetzt nicht unbedingt suchen. Und beginn. So, und hier seht ihr schon das Hauptmenü, wie Google Play Store. Telefon, Telefon, Telefonbuch, Nachrichten, die Kamera. Könnt ihr hier auch sehen. Ist auch eine ziemlich gute Qualität soweit. Alles ist gut. Ja, und hier habt ihr noch alle Apps, wie z.B. Maps, Gmail, Play Music, YouTube und so weiter und so fort. So, und das war's mit dem Video. Und ich sage ja, haut rein und haltet die Ohren steif.